Du musst halt richtig stehen, sonst kriegst du dich in einer Sekunde. Ja, das ist das Problem. Wählen wir irgendwie sowas? Ne, ne, ich hab meine Idee, ja. Okay, Felix. Nein, wir haben nicht da die Idee. Felix, du stellst dich da in das Gebüsch da. Ich wollt einfach mal hier top. Ja, top, top. Ich wollt da. Ich wurde da. Ich wurde gleich den Ripper. Erinnerst du nicht, dass Justus deine Taktik kennt? Ne, kennt er nicht. Kennt keiner. Kennt keiner. Kennt keiner. Also, guckt euch Benes Pro-Nex an, der ihr jetzt für das Blatt abgeben. Ihr bleibt alle da in dem Gebüsch. Ich komme, ich komme gut. Nein, 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 nein. Nein, das machst du nicht, nein. Das wird sowas von nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. So, kröner. Wieder weg, wieder weg, wieder weg. Aber, ich guck mal. Fällt was von. Ey, haben die da ein Wort drin? Nein. Die haben überhaupt nichts gewollt, man. Oh, Filz und Ruhm schon haben die gezeigt. Das ist ein Wort, das ist ein Wort. Hat der auf jeden Fall geklappt, unglaublich. Das ist auch nicht. Das hat Kills gesucht. Das hat schon gerochen. Ja. Ja. Aber da kommt auch so. Also, da ist immer noch ein Wort drin von Bastard, ne? Oh, was ist das für ein Spiel, der? Da ist auch. So, und. Go. Du, und. Basterd natürlich. Ach komm, Nuno. Einer, es wird ja richtig. Jaxi, Mexi hier. Okay, bei einer, wir spielen davon sie, würde ich sagen, ne? Nö. nö nö weißt du alter löschen wird mich einfach totpoken und es sich nicht totpoken und einfach ach prime sun jungle ja das ist wieder witzig mal gucken wie es wird davon richtig fahren und ich hab grad irgendwie voll legs alter ja tatsächlich aber noch einfach so mega range einfach da ist noch eins ja ich weiß es geht zurück zurück es geht zurück es geht aber überwärter so ein bisschen so ein bisschen immer verrutscht und er hat uns halt ab ab abmachst du da für den Scheiß und Männer es beginnt zu finden auch nicht so gut ja wenn er will nur verlieren ich bin mir so lehrt man ein Geld der Schmerz das gut nur das hätte jetzt nicht geklärt werden das bei mir das bei mir Komm 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 wir können Prämie 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 Drauf 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 jetzt Oh fuck Hätt ich nie was drauf Hast du den Flash gesehen? Hat der geflasht? Ja ich hab's gehört Der geflasht Nice Oh well played Nein scheiße du bist tot Nein Nein Es ist egal Geil Oh Bastard ist First Blood Uuuuuh jetzt beginnt das geflasht Wenn der Erwin der Scheiß-Jung auch fehlt Das war jetzt aber nicht gut Also ich outfahre mit den Jack so krass jetzt ne Nice Lol ey good job Das war gut gemacht Ja das war gut gemacht Ja das war gut gemacht von dem Männer Man muss ihn den kleinen Juki auch mal droben Ich hab's aber leider nicht aufgenommen glaub ich Doch hab ich sogar Perfekt 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 Aber mein Ping ne das läuft so nicht Also so outfarm tut der Lucian jetzt nicht Ich hab 6 Farmen mehr als 10 So lass dir mal ein bisschen Naja ne krieg ich hier nicht das große Alter beide Flamer sind schon einmal tot Was ist da los? Ja man Wer ist denn der andere Flamer? Paper Sword Flash Äh Dings ist weg ne Dings ist weg ne Dings ist weg Ja Dings ist weg Ja Rage Crit Das könnte ich mir sogar voll gut vorstellen jetzt Timmy können wir was machen gegen den Ich weiß er hat aber noch Flash Er ist nicht so Nicht so Vorsichtig wie Prime Sun Das hat sich gezeigt glaub ich Ach du Scheiße Ich hab's doch gesagt Judas Der Mann Hunt Dissicht care Druck und Alle what Der Wald der Rudel Glockrechte Gäßena Noe Ich muss ich gerade so Badell nicht mehr kann Christian Wo gehört Schlick hausort 모 spreche Dr Cast delle Wenn wir das und customers sind 다고 Oh oh man Gras haz ich habe meine misernicas bekommen Du bekommst recursos Sekunde Ostert FK ein Läster muss doch nicht schreiben er einfach nicht schreiben das als Franzosen die Künken Deutsch und andere Sprache wie sie es denn in der Mitte so mit dem mit dem Mahler Kosten aus keine Hälfte sich in Grenzen willst du den Blubuff oder durch ihn möchten möchtest ja als Amon und nämlich immer den ersten also den zweiten so Leute wie sie es denn so aus Mitte man sieht immer wieder was hat immer weiter anliegt der geht immer noch sie vor der Krieg voll für den Sorgen da ich weiß ja nicht ob sie ja noch ein Best of Five machen wollen der Best of Five wird enden ja und das sind so wird sich noch zum Spiel schon so alle gegenseitig hassen ich bin ich habe es doch schon alle so war es in der Zettel mit mir so lange nicht im All-Shot-Flame geht es doch noch die Klaus Gertzler Raleigh Buster die richtig zerstört in der Mitte ach man macht kein Damage bei der Kreisland ist auch ein bisschen am der Fall für halten ein Fall ist ja auch Vorsicht sind seine Vorstellung damit für denn er ist so verletzt Orna Orna Orgel ist wie sie die sie packten ich habe jetzt nicht direkt in Orte Nürnberg für den Sinn von Bastard die 6 gehen immer richtig aggressiv also preis dann habe ich jetzt erst mal von sein und sei halt als seit hier weg er der Bomber der Bestes Gold nur gut aber er hat schon nicht mehr gespielt ja der ist nicht mehr so in der Meta für der Form ist es auch nicht so gut also jeder ist ein zweiter wird Platzwerke neben der Ecke neben dem ersten das kann auch sein ja ich dachte auch für Schwerster Pläne ich jetzt tue auch für die Kontrolle ich bin auch da ich auch wieder ich bin auch immer weiter wenn man es extrem umgeschrieben ist und ich komme nachher was wird mit reich ihr weg 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 der Köln so war noch warm R. 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 Kanzler ein dann kommt mir vielleicht den Kälte wird aufnehmen er hat eine Idee er muss jetzt nicht hin ich bin in acht halten ein TG zu starte Gold Kopp Kopp die Bauers in der Nacht auch leckte es sei erhältlich für ihn so gut Mein Gott ist der schnell tot. Was? Oh, da ist der Kabel. Weißer. Ajax ist Mist. Ich krieg halt keine Kills. Boah ey, also Bastard wird schon ein bisschen flamend. 0,338 hier läuft Platin Spieler. Ja, richtig gerankt. Ja, der ist auch nur durch seine Durst. Hab ich den richtig gerankt. Felix, komm her, Felix, komm her. Felix. Der wird immer mit so diamond spielern. Ich will das so große Minion haben. Hier komm doch. Oh, der, Alter, der Bluboff ist sogar da. Was ist mit dem los? Ich bin da, Tim. Ich war doch auch da. Tim, wir können die da, wir können hier oben top lane da. Ja, okay. Hast du Bluboff direkt? Oh, Primes hat, Primes hat, Primes hat, Primes hat war da. Hey, warum war der da? Komm, 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 der ist bei Wolf. Da. Oh, der will feiten. Deiner versucht, dir mal am Trauer zu halten, dass du nicht wegkriegst. Okay, Bastard, links, links Jax ist richtig lau. Ja, ich... Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Auf, Bastard. Ah, fuck, ich konnte kein E-Mail machen. Ja, komm. Ja, komm, jetzt Double Cliff für dich. No. Äh, Double Cliff, sag dich. Oh, Mann! Jetzt zurückkommende Bubba. Meine Passive, Mann, ich hab die schon wieder nicht geschafft. Einfach eins machen. Fuck. Bleib bei uns. Scheiße, Mann. Geht doch, geht doch. Geht doch, geht doch. Heptide Bullgut. Ja. Geht mir her hart. Ja. Halte diese Mitgliedschaft einfach zerstört. Ich glaube, ich müsste meinen Job jetzt als äh, General-Pusher auch mal erfüllen, ne? Komm mal runter, ne? Ja, komm mal runter, ne? Komm mal runter, ne? Komm mal runter, ne? Ja, komm mal runter. Abkommen! Abkommen! Ja, ihr seid alles abkommen. Okay, ich weiß, woher meine Lacks kommen. Ich hör grad irgendeine Werbung im Hintergrund. Wolle euch eine Frau? Ey, Prime Sun, na, äh, doch, Prime Sun ist da. Der ist da bei seinen Golems, den können wir jetzt auch kennen. Wer will, wer will, wer will, wer will die? Der muss hier noch irgendwo sein, der Typ. Ah, scheiße. Scheiße. Da hast du dich die ganze Zeit von den Häusern treffen, das ist schlecht bei mir. Oh! Ulti wollte ich jetzt nicht benutzen. Okay. Ich wollte meine Kornwurzungen... Äh, Dread? Dread? Jetzt hör mal die ganze Zeit so eine scheiß Werbung im Hintergrund. Weg, 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 weg. Da ist ein War drin hier. Ich will keine Wip-Pan-Tricks lernen. Mach mal gleich Drake. Ja, ja, gleich. Erste Tor. Oh, die Ult! Oh, die Ult! Mein Gott! Flashdown! Mach nie kalt. Ja, war's wert. Ja, die Ulti war ganz kurz zu spät. So. So. Weg mit der Scheiße. Die Scheiße mach ich auch aus. Die Scheiße auch. So. Kommen wir jetzt schnell weg. Ja, Bastard ist noch tot. Boah, ey, Lacks of Doom gerade aber, die werden sich gleich bestimmt legen. Ich hab jetzt mal einen Pink-Quart geholt. Gary und der stolz auf mich. Ey, 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 hier ist ein Bluber für dich. Ich nehm gleich den Gegner aus. Kann ich denn? Ey, Lady, guck mal, ich hab dank dir gelernt zu warden. Was? Krass, ne? Was? Danke. Ja. Da kommt Bastard Toplane. Dein Ernst? Ich hab nicht gedacht, dass ich den damit töte, um ehrlich zu sein, aber... Das hast du nur gemacht. Oh, ich hab' genommen. Ich hab' nur gebraucht, um Botlane zu gewinnen. Ja, Fizz ist Toplane bei mir. Die wollen alle, guck mal, alle drei Toplane GG. Ja, aber Prime Sun will gleich, glaub ich, sein Red Buffarm. Ja, ey, wir können hier was machen. Ey, Prime Sun, ne, doch. Die können sich nicht entscheiden. Ne, doch, nein, vielleicht. Oh, Prime Sun wird sein. Red Buff nicht bekommen. Das Mini-NL. Jeder ist schon mal gestorben. Geht's auch nicht. Adelix zweimal gestorben, also dann sieht man, dass er silber ist. Ich war nur ex-zweimal gestorben, ja. Nein, nein, nein. Bastard kommt, ne. Bastard hat da mal den Kill bekommen. Mhm. Doch. Nein, der ist nicht von mir. Doch. Was soll er vielleicht nicht gegilten Dichten leisten? Ach, nein, nein, das ist das war. Doch, nein, Jack hat er gesagt, er ist es ist. Aber er hat kein Gehen von mir. Doch von der Frau. Nein. 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 Nein, nein, nein. No, nein, 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 nein. die Gäste Brüder ab Moment 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 na sechs Wochen kann damit man kommen hat er soll so eine Baffkontrolle aber ich kann jetzt auch einfach bolstieb gehen ich bin doppelt er was machen die die weil wir leben ist einfach früh für uns müssen ist wenn wir alle mit dem wassen Köln weil es hat weiß ein paar das ist sie sie sind alle sie die erlauben nicht die ich möchte das macht die Schmerzen er kriegt die Krieg Disrespect Und jetzt kommt einfach ein... Ach, sie haben alle Angst Okay, geh weg, geh weg Oh, Dudes Oh, oh, trifft er Nein Nein Come on, Tee, come on Ah, shit, jetzt hab ich nichts gesehen Tim, versuch dir zu stunnen Ich brauch neuen Blubuff, lässt sich das irgendwie regeln? Nein Ein Blubuff ist für mich... Ich hätte auch gerne einen Ja, der eine ist für mich, der andere ist für Nami Unsorn Ja, Tim, ey Okay, warte mal Lässt dich da jetzt was machen Ja, Leute, ich geh mal weg Ich weiß gar nicht, was ich machen soll Ich suche mal den Job Ich liebe es so schon Ich liebe es so schon Ich liebe es so schon So, zwei Minuten machen Nein, die werden die ganze Zeit stehen bleiben, obwohl ich hier alleine mit Drei und Blitzkrieglob Oh, wer will, wer hat noch nicht Also, ich hab genug denn, wenn du so guckst Nee, das ist zu wenig Prime Star hat 14 Farmen Haha Du, zum Thema Farrellflair Farmen, ne? Ich find das schweckenlos Ja, aber warum... Ich glaub, der war mal disconnected bei Level... Nee, er war mal disconnected, glaub ich Ach, warte zum Fick, Alter, nein Nein Oh, glaub ich nicht, weil sonst wäre nicht das level Oh, was, alle Leute Ja, das ist nicht euer Scheiße, nein Wir sind dazu zwei, ich weiß auch nicht, was und so Mitgegen und Support einmal machen Ja, was machen wir? Ja, was machen wir? Ja, was machen wir? Ja, was machen wir? Ja, du, 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 du Ich versuchte Ich war erstmal kein Start Ha! Bits, Höh, bitte! Du, 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 du! Hier, 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 nimm ihn! Ich dachte, du bist ein constitutes oder Fläscher er steht mit dem Wort in dem ach du hast die Welt gekillt diesmal auch wir können wollen machen immer noch ein Junge weil ich war jetzt mit der Fond an Prozent machen wird was ich nicht macht den anderen da der Lenz hat sich noch kein Leben ich bin noch nicht so weit in meinem bei dem Bild fortgeschritten und wir mussten die Wollenswissen für mich hier für alle Räume die Liedergrillen sterben Warte warte einem im Grunde und dort ist hier der Ecke ich habe vorgeschrieben ist weiter zu sehen also Felix ist nicht der Typ der Leute heißt aber sein muss die Brauch einfach nicht ihre Worts 2 haben gar keine Wurz er aber der hat doch schon Zeitstor sogar ausgebaut es na los auch die Wieser-Haus Lalalala Papierschwert Oh da ist ein Wort ich habe ein Wort gefunden ja jetzt gehe ich erst mal weg Oh der Papier-Swan kommt hier und wo bleibt der Hook Meld Life ich werde jetzt zu mega genau kommen wir können die feiten weiter die ich probiere oh fuck meine Ulti oh fuck das sind ja noch im Bild ach scheiße wo kommen die denn alle her also ich muss ja sagen ihr seid alle so richtige Fieder ich kill den Typen komm doch jetzt oh fuck oh Papersword ach wo er ist da meine oh warum springst du weg ja ich habe Angst aber können wir mal nicht zusammen rumlaufen das ist echt doof ich war doch bei dir ja warst du mal der Einzige oh Jimmy ja ich kann nicht der fläscht doch jetzt fläschst du mir mein Schatzi ich bin für die Haxie von Gnall das ist es nicht die GFH das war sie für mehr als die er ist jetzt schon wieder das Konzept ne der war die Grätschütte oder so nehmen also welche gewollt und er ist auf der gestoppt die Anwälte ein bisschen das 2 9 Gott er hat er weiß es bestimmt er hat nur getrollt er ist immer so wenn er schlecht steht hat er einfach getrollt ich gehe im Weg nicht richtig die meinten Leute an sich auf den Worten oh mein Gott Köln was das er war mir vorbeigelaufen was hat kommt so okay hinterher den kriegen wir noch kriegen wir noch kriegen wir noch kriegen wir noch ich hab das mal barren machen einfach stumpf barren Leute ist mir egal nein 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 okay im nachhinein der guckt das meine ich Leute ihr müsst auch auf die Hand gehen ey dafür die dafür die ja danke alle ich bin ich nicht mehr immer das machen das war das war und ab das ist in der Fall ist die Idee zum Beispiel er hat meine Anwesenheit bestimmt schon gespielt werden mit den Zugrät 10 Sekunden aufgrund für Teleport ein Krebs hat auf einmal 55 Farb was hat los ich glaube dass dieser Back eine Lärmacht war wohl Backdown ein paar auch nie. Oh, Leute, Leute, ich komme, ich komme, ich komme. Alter. Wreckt. Das ging doch gut aus. Ach, nice. Das war ja eher so ein Fünf gegen Drei, aber... Das war ein Bait von mir allerfein. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir grabben die aus dem Brunnen raus, wenn sie gerade respawnen. Ah, nein. Oh, Baby. Oh, Baby. Sollen wir den nach Barry machen? Schnell, kommt, 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 kommt. Kommt die komische Musik gerade von euch, oder ist das von mir? Das ist bei mir. Okay, gut. Kommt, was macht denn Blitz? Ja, ich sag's, dieser. Dann halt nicht. Ah, dieser Freddy-Hund schon wieder. Den, den, den ich mir jetzt, Alter. Ich hoffe, ich habe dafür verbraucht, als Teleport. Ich weiß nicht, ich habe noch einen Verbrauch. Alter, hör mal. Ach, truff, truff, Leute. Ich will mal guten Farbe halten. Ach. Ach, meiner. Ey, ich kann, während ich gehockt werde, lachen. So, zwei gegen drei. Ja, ich habe gesagt, der Bautblätter von King. Das hat er jetzt schon fertig. Ich habe fast so viel Farbe, ja. Und, um, 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 um. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Nice. Jawohl. Gleich nochmal, gleich nochmal. Äh, 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 äh. Out of position. Nobody carry. Unser AD Carry immer, ey. Out of position. Leute, ich will auch. Leute. Komm, ich habe gleich Q. Ich habe gleich Q. Gebt mir. Kommt mir, passt. Ey, rappt den halt von mir weg, dass ich ja nicht den Kill kriege. Ich habe den, ich habe den, ich habe den, lasse ich nicht. Ihr seid echt scheiße. Sorry. Ich wollte mal so ein Haus auf ihn werfen. Leute, Leute, jetzt. Guckt auf mich. Noch ein bisschen Gold für mein Alter. Oh. Oh, ja, jetzt können wir es aber mal machen, komm. Sonst holen wir uns hier aus dem Tower. Ah, Banner will unbedingt aus einem Tower werden, ey. Wow, that grabbed Banner. Ich geh mal wieder weg, ne? Meine Ulti habe ich gerade sehr gut verwendet für Minutes. Ja, ich habe zu gehen. Das war vom Feind. Ja, ich. So, kann man einfach besser pushen. What? Ah, meiner. Legendary ist er. Ich hoffe mal, dass die gleich so, äh, so Leute wie Amumu und Gnabern und dann Cutter open lassen, dann wäre es geil. Das wäre natürlich auch mal so. Oh nein, dann wäre es nicht geil, dann wäre es einfach nur langweilig. Ne, die lassen sich das Cutter nicht open. Ich will einen Pentacle sehen. Ne, das könnte sich nicht erlauben, Cutter open zu lassen. Weil ich könnte ihn dann die ganze Zeit fertig machen. Werden die Bann Gnar instant, Alter? Ja, also Gnar würde ich bannen, aber... Oh, Debates! Von dem Fels hier! Also, äh, AD Carry muss man jetzt nicht so ganz bannen. Ah, meiner. Solides 313 von Justus. Also Justus macht recht. Sein Ruf aller Ehre. Ja. Ich hab mehr Farben als er. Oh, oh, oh. Mein Farben ist grad grad ein bisschen OP. Ich überfahm... Ich überfahm... Die Gegner haben zwar keine Tower mehr, aber ich hab jetzt... Den Michael! Ach, man! Ach, Paper Swag kaputt. Mach hier auf Checks, auf Checks auf 6. Nein, meiner! Stopp, bevor wir noch nicht finishen. Noch nicht finishen. Noch nicht finishen. Ich hab 5000 Gold, Alter. Noch nicht finishen. Alter, alle weg da. Weg, weg. Was da kommt? Lass Felix sterben, ist okay, ist okay, ist okay. Nice. Ist nicht okay. Doch. Ich hab oben Zerstörer. Wir machen Tower Dive im Super Nexus. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du noch nicht. Ah, holt ihn euch doch. Nein! Jetzt kommt der Pentakill, pass auf! Geh rein! Bist du da behindert? Ja. Gleich kommt der Pentakill. Dann feuert er sich aber. Oh, ich wollt doch gar nicht treffen. Ich wollt doch daneben hauen. Denne deinen Um-Dings bringt nichts. Die gewinnen jetzt. Die gewinnen jetzt. Oh, jetzt. Mega Gnar. Na, mega. Na, das sind doch ein bisschen zu viele. Aber Minien sind stark genug. Oh, jetzt bin ich schon zweimal gestorben, ey. Ich bin so schlecht. Na. Super, jetzt haben die Gegner noch einen Tower und ich hab oben Zerstörer. Was willst du, was willst du, ne? Oh, der Fläsch. Oh, der Fläsch. Ihr soll doch immer besser. Machen wir beiden oder so? Moment, ich warte doch kurz auf mich. Könnt ihr einfach nur in der Base auf mich warten, Leute. Den bisschen. Dem lieben Mega auch ein bisschen Gold geschenkt, ne? Ich hab nie mehr was mitmachen, einfach um Justus anzupissen. Ich warte jetzt alle Buffs und äh... Er steht ja... Er hat ja keine schlechten Stats, aber ich find der spielt schlecht. Wer? Wumme? Ja. Oh, nicht holen, nicht holen. Holt euch den nicht. Ich will den Justus vor der Nase wegschieben. Alter, Justus wieder nicht... Lass, 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 lass. Verpiss dich da, du... Geh weg, geh weg. Da ist ein Jax drin. Da ist ein Jax drin. Ist mir scheißegal, ich will den ja wegschieben. Hey, Peppa, 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 Peppa. Da, da... Wir bleiben, wir bleiben. Wir spielen hier ein Spiel. Einfach mal weggehen. Komm, nicht so schwer. Einfach weg. Nein. Ihr bleibt dir jetzt das Geld zu geben, da könnt ihr mal warnen. Stopp, stopp. Ich brauch drei Sekunden. Ihr verpisst euch an. Ihr bleibt alle in eurem Gewünsch. Ist doch nicht so schwer. Ist doch... Ich geh mal Top-Botlane. Hier auf einer Waldorfschule. Machen müssen. Wir sind auf einer Waldorfschule, okay? Sind wir das? Okay. Den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns. Ja, la, 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 la. Ah, Tim. Ah, sorry. Ach, was macht denn der da? Sorry. Was? Ich hatte Langeweile, GG. Niemand hat mich verteidigt. Was soll ich denn machen? Wir wollten noch ein paar Kills haben. Wir wollten noch ein paar Kills haben.